Hi zusammen, das ist eine VA für den Stefan123321. Ich zeige jetzt meine Holzmesser, die ich besitze, also Messer mit Holzgriffschalen. Und da fangen wir mal direkt an. Das ist einmal ein Neuzugang bei mir, den stelle ich euch noch vor. In einem anderen Video ist ein Einhandmesser. Was das für ein Holz ist, kann ich euch nicht genau sagen. Es ist aber ein sehr, sehr schönes Holz. So, es hat hier auch ein Layered Loch. Es hat aber keinen Clip, das finde ich cool. Man kann es einmal hier mit öffnen. Und man kann es einmal mit dem Flipper-Tipp öffnen. Und das ist die Besonderheit dran. Es hat einen 3CR13-MOV-Stahl. Und was das für ein Messer ist, das setze ich euch in die Beschreibung unten drunter. Dann könnt ihr euch das kaufen. Ist ein günstiges Messer, ist aber ein sehr, sehr tolles Messer. Kann ich euch wirklich wärmstens nur empfehlen. Dann geht es weiter mit dem MKM Root. Das ist ein Santos Palisander Holz. Und hat einen M390-Stahl. Liegt super in der Hand. Fühlt sich wirklich geschmeidig an, das Holz. Aber ist wirklich ein Hammer-Messer, finde ich. Überhaupt, ich liebe diese Messer alle von MKM Root. Ob mit Holzgriffschalen, Mikata-Griffschalen. Nur die Titan-Griffschalen. Die sind ein bisschen nicht so meins. Dann geht es weiter. Dann ist das das Geschenk von meiner Mutter. In Freiburg gekauft. Was das für ein Holz ist, glaube ich, Kokobolo Holz. Ist auch sehr schön. Und hat eine sehr schöne kurze Klinge. Ungefähr, sag ich mal, 6 cm. Hat aber dafür eine sehr dicke Fase. Also für mich ist das eher ein Schnittsmesser. Kein Alltagsmesser. Weil es hat ungefähr 0,8 bis 1 mm hinter der Fase. Ist also ein sehr stabiles Messer. Und hat einen Backlock. Ein sehr, sehr wunderbares Messer. Dann gehen wir mal weiter. Jetzt kommt ein Messer von Laguiole. Das ist kein Messer. Das ist eher ein Tool zum Öffnen von Wein und Bier und allem drum und dran. Das ist der Bieröffner. Zusammen mit dem Weinöffner. Denn man braucht die Spirale dafür. Man dreht sie bis hierhin rein. Also bis zu dem Kopf praktisch. Dreht man diese rein. Und dann stirbt man den Kopf über die Flasche. Und dann zieht man das zusammen nach oben. Und zieht praktisch den Korken mit raus. Und dann ist der Korken hier so drin. Also ein wunderbares Messerchen oder Tool oder wie man das immer nennen kann. Und hinten ist ein kleines Messerchen mit Zacken dran. Also ein sehr tolles Messer einfach. Ja und es hat Holzgriffschalen. Was das für Holzgriffschalen sind, kann ich euch nicht genau sagen. Was mir aber hier gefällt, die Guilochage und die Musch. Die sind sehr, 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 sehr schön. So, dann kommen wir weiter. Noch zwei Messer liegen vor uns. Das Dijon, was ich schon präsentiert habe aus Freiburg. Hat glaube ich Olivenholzgriffschalen. Ist wirklich ein sehr, sehr schönes Messer. Auch irgendwie als Geschäftsmann am Hemd zu führen. Sehr, sehr schön. Finde ich wirklich eine Klasse. Und mit dem Freiburger Logo vorne drauf. Ich nutze das gar nicht, weil es ist für mich ein Andenken. Und es ist wirklich, wie soll ich sagen, ein Geschenk meiner Mutter. Und das bleibt in Ehren. Ein wunderschönes Messer. Hinten sind keine Griffschalen. Nur der Lok ist hinten. Ne? Ja. Das ist das eine Messer. Und jetzt kommt noch das letzte Messer. Das ist das Foxknife Livery. Mit Ciricote Holz. Es ist relativ stabil, denn es hat hier noch Stahlliner drin. Im Gegensatz zu dem Mikata Messer hat es noch Stahlliner drin. Und es hält sich aber wirklich sehr gut in der Hand. Lässt sich auch super führen. Ist wirklich sehr, sehr schnittig. Und gefällt mir super, mega gut. Deswegen bleibt es auch in meiner Sammlung. Ja, das ist meine Sammlung von Holzmessern, die ich so in meiner Sammlung drinne habe. Und würde mich freuen über eure Kommentare. Natürlich. Über deine Kommentare, Stefan123321, würde ich mich sehr freuen. Und dann wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Bis zum nächsten Video. Euer Blind EDC-Mischer.